Wir sind in Brodo Wien, ein Traumort, einfach ein schöner natürlicher Ort. Und im Hintergrund sieht man unsere Kühe, eine schwarzbunte Milchviehherde. Das Besondere an unserer Milch ist, dass die Kühe hier leben und gleich nebenan eine Molkerei da ist, die es verarbeitet und wir einfach ganz kurze Wege haben. Unsere Milch schmeckt mir einfach deshalb so richtig gut, weil erstens kommt sie von hier, zweitens ist sie in ihrer originalen Substanz überhaupt nicht gestört. Sie wird nach traditioneller Artbarung abgefüllt, ist nicht homogenisiert. Das heißt, alle Inhaltsstoffe sind erhalten. Dann kommt der Lkw von Terra, das ist unser Großhändler, bringt sie in die Stadt. Normalerweise ist die Milch am Folgetag, nachdem die Kühe gemolken wurde, schon im Regal. Wenn es richtig gut läuft, dann kann sie sogar am selben Tag im Regal sein. Und ich persönlich freue mich immer, wenn ich in die Bio-Company gehe, mir meine eigene Milch dort in die Hand nehme und einfach auf der Flasche lese. Mensch, gestern abgefüllt, heute Morgen steht sie schon im Regal. Das ist doch toll, oder? Die Bio-Company ist einfach ein unheimlich modernes Unternehmen. Sehr dynamisch, sehr öko-orientiert. Das finde ich immer wieder klasse, weil das auch unser größtes Ziel ist. Sie interessiert sich ganz besonders für uns als regionale Partner. Also Regionalität steht wirklich ganz oben bei der Bio-Company. Brodowin und die Bio-Company sind uralte Freunde. Und das Ganze haben wir zusammengefasst in unserer gemeinsamen Initiative Fair & Regional. Und unter diesem Dach haben wir sehr viel erreicht, nämlich Vertrauen und Regionalität. Wer Brodowiner Produkte in Berlin bei der Bio-Company einkauft, der kann sich sicher sein, dass es ein regionales Produkt ist. Diese Initiative Fair & Regional, genau die wird durch den Kunden unterstützt, wenn er diese regionalen Produkte einkauft. Das, was man! Zander in Berlin mit einem tunt. Das erzählt hier, wo man nicht mehr mit dem Kompany, die Körper auf der Bio-Company hat. Der ja Mal in Berlin bei der In-Bahn-Bahn-Prof�끈. Der ja im 7-Bahn-Profi oder in der Kompany von Nehmann. Der ja auch im 10-Bahn-Profi. Der ja auch in den Kompany von Ex-Bahn, der Leer-Profi ist klein. Das stimmt. Der ja die65-Jugger Corneln wird es enthusiier. Der ja auch in 2012 V θα. Lern. Auf dem 11-Bahn-Profi oder gegen dich. Die Frage wird nachdem. Untertitelung des ZDF, 2020